Hallo liebe Fans, hier ist Jochen für S21-Bau-TV. Während die Signale für die Züge hier auf rot stehen, stehen ja die Signale für den Bau von S21 auf grün. Und wie ihr alle wisst, wird auch hier in Untertürkheim ein bisschen was gearbeitet. Und das muss ich mal schauen, es windet ein bisschen, also nicht wundern. So. In diesem Bereich werden künftig die Gleise für den Fernbahntunnel abtauchen. Hier vorne seht ihr die Rettungszufahrt, die hier die Gleise unterquert. So. 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 Viel zu sehen gibt es jetzt hier heute nicht und das Wetter ist ziemlich ekelhaft. Drum schaue ich auch, dass ich hier jetzt schnell wieder wegkomme.